Moini und willkommen auf dem besten Zweitkanal auf YouTube. Das ist die normalste Ansage eines Zweitkanals, aber egal. Wir spielen heute Finde das Alien. Das heißt, wir müssen heute herausfinden, wer das Alien ist. So, wir drücken auf Start. Okay, äh, aha, okay, ich muss mich hier bewegen. Finde das Alien. Ah, okay, Moment, das hier ist mein Alien-Gerät. Normal. Alien, okay. Dann nehme ich jetzt diese Knarre hier. Und dann... Okay. Jo, okay, okay, cool, cool, cool. Ah, okay, wir haben jetzt 20% bis zur nächsten Waffe. Okay, dann die nächste Tür. Wir starten. Okay, wir machen die Tür auf. Hier sind Leute am Feiern. Alien, normal. Okay. Putz! Alter Schwede, erwischt, okay. Okay, das ist ein cooles Spiel, Feierspiel. Okay, jetzt müssen wir noch weitergucken. Finde das Alien. Normaler Mensch. Alien. Sie ist leider ein Alien, tut mir leid. Oh, er ist traurig. Okay, nächste Runde haben wir auch geholt. 40% bis zur nächsten Waffe. Okay, es klingelt. Ding Dong. Nee, wir sind auf dem Klo. Alter! Äh, Mensch. Die streiten sich auf dem Klo. Alien. Leider bist du jetzt tot. Yo! Ich frage mich, warum da so viele Aliens sind, aber irgendwie das Spiel catcht mich. Es ist sehr simpel, es ist sehr einfach. Okay, wir starten direkt los. Hier geht's rein. Oh, was? Die sieht sau komisch aus. Ja, die ist doch safe. Yo! Zwei Alien Girls hat er sich hier geschnappt. Okay, dann erst mal die. Und dann die. Tut mir leid, Kumpel. Der hat da mit denen im Bett gechillt und dann waren sie auf einmal Aliens, Leute. Okay, ähm, nächste Runde. Zack. Ups. Hä? Ah. Ah, ha, ha. Tut mir leid, Herr Kollege Schnurrschuh, aber das ist ein Alien. Hö. Ey, das fielst du da. Hä, es hat noch jemand geklingelt? Ist das Kind ein Alien? Nee, normal. Alien. Easy, easy, easy. Ja, das klingelt noch wer. Der Pizzalieferant. Yo, das ist ein super Alien. Das ist... Ey. Ey, mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Alter, das war ein Mega-Alien. Der Pizzalieferant. Okay. Jetzt habe ich drei Aliens gefunden. Blöder Mensch. Aber du kannst die Invasion nicht stoppen. Was passiert jetzt? Er schleicht sich so komisch weg. Okay, wir haben schon wieder gewonnen. Jetzt haben wir die neue Waffe. Okay. Ey, das holen wir uns safe. Da haben wir unsere Waffe auf zum nächsten Level. Oh, okay, okay, okay. Okay. Die müssen wir jetzt zappen? Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Zack. Zack. Und der rennt weg. Okay, viel zu einfach, viel zu einfach. Wir sind ja auf irgendeiner ganz komischen Party. Oh, okay. Und jetzt werden hier uns alle Leute angezeigt, die wir gerettet haben. Hier drüben war auch noch einer. Die haben wir gerettet. Yeah. Neun. Okay, wir haben neun Leute gerettet. Sehr cool. Sehr cool. Okay, jetzt geht das Alien in die nächste Stadt. Und macht da wieder Ärger. Auf zum nächsten Level. Okay, wir sind jetzt hier irgendwie bei so einer Kindergeburtstagsfeier. Okay. Also ich tippe, die Mutter ist es. Ah, die schreibt mich direkt an. Okay, Alien. Die sind normal. Ja, wusste ich doch, dass die Mutter das ist. Die Mutter ist doof. Okay, easy. Das war easy, Leute. Okay, das hier ist die nächste Waffe. Wir müssen aber erstmal alles durchspielen. Okay. Auf geht's. Okay, wir sind hier auch bei so einer Party. Ich glaube, sie ist Alien. Nee, nee. Keiner. Aha. Ich glaube, ich glaube, ich weiß. Naja. Wer konnte es ahnen? Wir wollen keine Aubergine. Wir wissen, dass du ein Alien bist. Wenn die alle Aliens sind und normale Menschen, die sich irgendwie treffen und normale Sachen machen, was bin dann eigentlich ich? Ich komme einfach in alle möglichen Situationen rein. Hier, ich komme hier einfach auf die Party und checke, ob irgendwer ein Alien ist. Alien. Und wer ist hier noch ein Alien? Sie. Okay. Die sind ein Alien. Butts. Und sie ist auch ein Alien. Oh, ich habe ihn beinahe erschossen. So, hier ist Schluss. Neue Waffe in 40% brauchen wir dafür noch. Okay, wir starten mal. Dann die nächste Runde. Okay. Wir haben hier. Ja. Die könnte man schwer erwischen. Okay, okay. Also. Du warst ein Alien. Wusste ich es doch. Du warst ein Alien. Wusste ich es doch. Und du warst ein Alien. Tu nicht so, als wärst du einer von uns, Mann. Ich weiß ganz genau, dass du ein Alien bist, Mann. Okay. Drücken. Okay. Tür ist auf. Ich tippe sie ist Alien. Nein. War falsch. Okay. Wieder keine Aliens. Das war ziemlich auffällig, dass da ein Alien versteckt ist. Aber das war mal was Neues. Jo, wir können uns jetzt eine richtig coole Waffe holen. Okay. Wir haben jetzt so ein Laserbeam. So eine X-Ray Waffe. Also sie ist richtig cool. So. Wir starten. Wir sind im Knast. Okay. Alien. Erwischt. Alien. Jo. Double Kill, glaube ich, war das. Da kommt Super Alien. Erwischt. Und da kommt auch noch ein Alien. Ey. Oh no. Boom. Da haben wir auch noch ein Alien. Oh, der Super-Ellen. Der will nicht schlafen gehen. Aber jetzt. Ne, der steht wieder auf. Der steht nochmal auf. Okay. Er ist auf jeden Fall mad. Okay. Mal gucken, was im nächsten Level passiert. Es war schon ein ganz kleines Ticket schwerer. Erstes war super easy. Aber diese ganzen Leute haben jetzt alle gerettet, Leute. Dieser Typ da drüben. Der da, der genau so aussieht. Der unter dem... Das ist doch kein Mensch. Aber trotzdem haben wir den gerettet. Okay. Auf zum nächsten Level. Okay. Wir sind in so einer Art Gosse oder sowas. Hm. Okay. Vier Leute an der Bushaltestelle. Ich tippe auf den. Der war es immer. Nee. 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 Wait. Aha. Können wir hier einsteigen? Ah, hier ist jemand ausgestiegen. Ja, siehste. Ich habe doch gewusst, dass es immer diese Pizzalieferanten sind. Die sind es immer. Die sind es wirklich immer. Oh, das ist die nächste Waffe. Die sieht sehr cool aus. Nächstes Level. Hier gibt es Stress auf jeden Fall. Okay. Die labern irgendwas. Vielleicht will sie so eine Bank ausrauben oder so. Sie sind auf jeden Fall vor dem Polizeirevier. Und zwei Aliens. Vertrau dir nicht, Mann. Das sind Aliens. Lauf. Okay. Nächstes Level. Ey, sie sind gegen Aliens. Sie machen so eine Demonstration gegen Aliens. Okay. Und wer bist... Okay. Wer davon ist ein Alien? Ja, du bist ein Alien und du bist ein Alien. Du und du. Also, die versuchen sich schon sehr, sehr gut hier irgendwie zu assimilieren. Oh, verdammt. Jetzt habe ich es selber versprochen. Zu assimilieren. Assimilieren heißt so, man versucht sich der Umgebung irgendwie anzupassen, damit man nicht auffliegt. Ähm. Alien. Alien. Alles Aliens hier. Die wollen wir nicht in der City. Ich weiß gar nicht, warum wir sie eigentlich nicht haben wollen. Weil eigentlich wollen sie ja nur so an unserem normalen Leben teilhaben. Aber egal. Die dürfen nicht. Feierabend. Okay. Keiner ist ein Alien. Okay. Dann ist das schwierig. Er geht aufs Klo. Er geht aufs Klo. Wahrscheinlich wird er jetzt ausgetauscht mit einem Alien. Und. Ja, ja, ja. Und jetzt sollen wir denken, du bist ein Alien. Aber du bist fake. Du bist anders fake. Okay. Wir können uns jetzt die nächste Waffe holen. Die wird echt cool, Leute. Die wird echt mega cool. Okay. Wir haben jetzt eine richtig coole Waffe. Die scheppert nämlich richtig heftig. So. Wir sind nämlich wieder in dem Alien Hauptquartier. Okay. Den ersten haben wir erwischt. Oh. Nicht getroffen, leider. Boom. Und boom. Oh, die knattert richtig rein. Die knattert richtig rein. Jetzt kommt von da noch einer. Die werden langsamer. Deshalb ich versuche sie gar nicht erst dort zu erwischen. Bam. Irgendwo kommt noch immer der super Mega-Alien-Boss. Der scheppert dann richtig rein. Und jetzt haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Gerettet wieder. Gerettet. Rettetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet. Trinken, Leute. Stay hydrated, Leute. Okay. Hier ist Ärger. Hier ist Ärger. Die schreien sich auch richtig an. Aber kein Alien. Irgendeiner verlässt safe wieder den Raum. Polizei kommt. Vermöbelt die? Jo, wo ist das Alien? Okay. Das Alien hat den vermöbelt. Bam. Jetzt war der Alien-Boss wieder. Der wollte wieder Stress haben. Jetzt labert der wieder. Ich hasse dich. Okay, jetzt versuchen sie neue Taktiken. Aber er sagt, er ist unsterblich. Neue Waffe lädt wieder. Okay, wir sind in der Schule oder so. Sieht sehr nach Schule aus. Ah, okay. Wer ist das Alien? Kein Alien. Oh. Er hat ein Alien auf dem Kopf. Jo. Er hat ein Alien auf dem Kopf gehabt. Jo, wie cool. Okay, wir sind irgendwo zu Hause. Jetzt gehen wir herein. Aha, okay. Die essen Pizza. Kein Alien. Oh, da. In dem Kaktus. Weg mit dir. Oh, die Taktiken werden schon besser. Die werden schon besser, Leute. Okay. Jetzt sind wir am Bahnsteig. Wo ist hier das Alien? Wir warten hier auf unseren Bus. Da drüben. Ja, da links und rechts. Dich einmal. Und wo bist du jetzt? Ja, dich einmal. Jawohl. Es geht. Beide erwischt, Leute. Wir sind Alienjäger 3000. Jo. Sind wir im Zoo oder was? Warum sind hier Gorillas? Jammed. Oh nein. Ich glaube, ich muss raten. Ah, okay. Ich muss das hier kaputt machen. Dann ist das wieder freigegeben. Aber ich wusste, dass das ein Alien war. Gut. Okay. Und jetzt müssen wir nochmal gucken. Ja. Das hier ist nämlich auch wieder ein Super-Alien. Erwischt. Unmöglich. Wir haben deinen Scanner gejammt. Das ist nicht fair. Ja, da müsst ihr schon irgendwie ein bisschen mehr überlegen, Leute. Da müsst ihr schon ein bisschen besser sein. Uh, jetzt haben wir den neuen Blaster freigeschaltet. Nächstes Level. Ich weiß gar nicht, wie der klingt. Ich habe es jetzt einfach instant geholt. Das probiere ich mir jetzt aus. Wieder in der Base. Die Waffe sieht sehr cool aus. Und wir schießen. Jo. Boom. Jo. Boom. Ah, nicht getroffen, verdammt. Das ist nicht schnell, aber nicht schnell genug. Nicht schnell genug. So easy. Lol. Den wollte ich gar nicht erwischen. Schade. Habe ich in meinen Augen... Oh. Huh. Und den jetzt noch. Intruder, Lord. Wir haben einen Intruder. Uh, Baby. Und wieder haben wir acht Leute gerettet, Leute. Das Spiel ist übertrieben geil. Den Gorilla haben wir gesaved. Den Pizzamann haben wir wie immer gesaved. Der obligatorische Pizzamann, Leute. Leute, ich würde sagen, das war es mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Hier auf dem Elinski-Zweitkanal. Ich würde mich freuen. Haut rein. Tschüssi.